Wir befassen uns heute mit einer bombastischen Karriere einer jungen Schweizerin. Beatrice Egli, wie geht es dir heute? Bist du schon etwas müde oder voller Taten dran? Ja, voller Taten dran. Vor allem meine Tournee geht bald los. Mir geht es mega gut. Spannende News und Details aus dem Leben unserer DSDS-Gewinnerin und Schlagersängerin Beatrice Egli gibt es heute im Top-Tag. Immer am halben schaltet sie ein.